Was ist drüben? Hast du noch? Na komm, ich platziere hier noch ein paar Sprengsätze. Einfach, dass ich sie platziert hab. Alter, jetzt gehst du mir auf den Sack. Da! Der lebt immer noch! Im Ernst? Jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir halt nicht mal in das Zeug ran, was er gegebenenfalls droppt, leider. Glaube ich zumindest. Na, schade, und er hätte viel Erfahrung gedroppt. Na, naja, gut. Dann halt. So, Alter, jetzt. Man kann nicht alles. So ist es. So, Sprengsatz. Na, was soll's? Vielleicht kommen sie alle wieder. Ich hör sie doch schon. Wir sind's doch nur. Hä, wir sind's doch nur. Nein. Ah! Alles okay bei dir? Ja, alles okay. Na ja, komm, jetzt kann ich mal meine Brandgranaten hier alle einsetzen. Na ja, komm, lass läuten hier. Na ja, wie ich sehe, hast du auch noch ein paar Brandgranaten. Ja, über zehn Stück hatte ich. Ah, da war ein grünes Kraut noch mit bei. Ja, warte mal, ich hol mir... So, warte. Den lassen wir jetzt hier rüberklettern und dann... Gute Nacht! Gute Nacht! Pow! So gefällt mir das. Ja, Mann. Halt's Maul und bleib liegen, du Schwulette. Ach, nö! Ach, nö! Ah, komm zurück! Da! Ha, ha, ha! Ja, bin ich cool oder bin ich cool, ja? Ich glaub, das macht mir nix. Du kannst mich ruhig anzünden. Ich bin Leon Superjacke... Super Lederjacke, Kennedy, hä. Die Lederjacke ist feuerfest, was wird mal was? Na ja, was willst denn du? Verpiss dich mal. Ja, er kommt endlich rein, ist klar. Erst will er nicht aufmachen. Nein, nein, da ist noch so ein Schei-Typ, der hat viel EP. Na, nicht nur einer. Ich habe sehr viel auf Spiel für Sie. Ich hoffe, Ihre Information ist das wert. Aber ja, worauf verwette ich mein Leben. Ja, sehr schön. Dann hängt ja ein Schei... So, einer ist... Einer weniger. Oh, diese Sprint-Typis gehen mir auf den Keks hier. Höh! Oh Gott, wie geht's? Ja, ist klar. Alter! Hallo. Hab's ja verstanden. Oh! Okay. Ich gesell mich dann mal zum Dreck. Hallo! Hier rein! Nein! Ich glaube, wir sollten die EP einsammeln und uns dann rein verpissen. Okay, dann laufe ich mal eine Runde. Bei Gelegenheit helfe ich dir noch. Okay. Kommst du klar? Ich komme. Ah, noch EP. So, jetzt aber. Auf geht's! Oh! Huh! Jetzt aber hier. Was ist der Stress hier? Da kriege ich gleich eine Stresspüste. Okay. Okay. Woher Leon das jetzt auch immer wusste. Oah. Ah. Alter, hey. Die soll uns nicht so auf die Folter spannen, die Alte. Erkunden Sie die Kathedrale Hier sehe ich schon mal grünes Kraut Träumen weiter In der BSAA Das hört sich irgendwie nach einer Krankheit oder so an Hast du sonst noch irgendwo gerade irgendwelche Fässer zertreten? Nee, oder? Die Tür kann man nicht öffnen Also beichten kannst du schon mal nicht So Ah, okay Was hast du da jetzt? Ah, komm mal her Achso, warte, dann komme ich zu hier rüber Okay, muss man hier zu Statuen sammeln oder wie? So, hier ist jetzt Ah, hier sind diese runden Dinger, da muss ich Das ist beeindruckend unhilfreich Ich sehe hier immerhin eine Tür, die ich öffnen kann Und in einem Raum, in dem nichts ist Schön Das habe ich mir schon immer gewünscht Nichts Also die beiden heiligen Mütter weisen uns den Weg Ja Da nächster Raum Ah, hier sind noch Fässer drin Ah, jetzt haben wir Erfahrungspunkte Sehr nice Eine Kiste Ah Da ist noch so eine Stadt Komme ich auch irgendwie zu dir hoch? Ah, da kannst du mir, glaube ich, eine Leiter runterlassen Da, wo du gerade bist Sehr schön Soll ich denn runterlassen? Ah, jetzt lass noch deine Hosen runter und alles ist okay Ich glaube, der eine muss hier Einer raufsetzen und der Okay, geht dann Okay, wir müssen gleichzeitig, oder wie? Ja, warte, ich muss eh noch hier alles abgrasen, damit ich die ganzen Sachen bekomme Ja, ich gehe ja noch schon mal rüber Zeit mir gerade auf Es gibt wieder Kraut zu kombinieren Hell yeah Ich habe so viel grünes Kraut jetzt, weißt du, was ich kombiniere das jetzt aber mal Kann man das dann nochmal kombinieren? Ah, siehst du, das kann man nochmal kombinieren So wissen Man kann drei grüne kombinieren, dann kriegt man sechs Dann kriegt man auch sechs Haha Ja, ich weiß Das war jetzt super flach, aber es musste sein, ne? Jaja, in diesem Resident Evil Teil dreht sich alles um sechs Von Anfang bis zum Ende Es ist ja nur Resident Evil sechs Ja So Also, ich bin bereit Dann Machen wir mal Woher er sich die jetzt auch gerade gezogen hat, ist auch egal Ah Okay Na, jetzt läuft es doch Warte mal, ich bringe dich noch Shane in einen Raum, wo ich die Erfahrung gefunden habe Okay Da drinnen Da drinnen Hier in der Ecke eigentlich, da Echt? Muss ich da ein Klon haben Okay Aber für mich gibt es keinen Okay, alles klar Ha, für dich gibt es keine Erfahrung, du hast schon genug Genau Das war sehr mystisch Helena, nehmen Sie den anderen Wo ist der A hier? Naja, wir haben wieder Das erinnert mich an was Was, entkommen sie der Statuenfalle? Was bedeutet das? Ah Ah, man muss auf die Statue drücken, bevor sie eine erschießt Okay Gut Okay, nächster Raum Lass mich raten Zehn Statuen Ja Alter Okay Ich habe nur noch 2 HP, wie sieht es bei dir aus? Ich sehe meine Lebensanzeige gar nicht Du musst zielen, dann siehst du Ah, auch 2 HP Okay, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, auffrischen So Weil bevor uns jetzt da irgendeine Statue Wer weiß, wie viel Schaden eine Statue macht Vielleicht killt die uns auch mit einem Schuss komplett was recht So So Bereit? Ich bin bereit Okay, mal los, ich redeck Okay Okay, das war recht einfach Ah Verpisst dich gleich wieder Ah Oh Scheiße Das lasse ich mir doch nicht entgehen Ja, Alter, man kann ja hier nicht mal ausweichen Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist Schicksal Das ist scheiße, ist das Ich gebe dir gleich Schicksal Schicksal Ich verpasse deine Kugel Schicksal in deinen Arsch Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja, keine Ahnung Auf mich sind irgendwie drei Laserpointer gerichtet Oh, ich auch Oh So ein, so ein Lebensding Zieh das ab Oh Ich dachte, Smograd So, wie viel jetzt noch? Ah, gut Oh Oh mein Gott Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Alter Boah Ja, genau Die schießt auf mich, während ich am Boden liege Wie, du liegst am Boden? Ja Nicht komplett Nee, also nicht komplett, aber halt Boah, komm, jetzt müssen wir doch mal alle haben Boah Da ich will schon die Tatooine jetzt auf mich gezählt haben Oh ja Ich sehe hier aber auch noch einen Laser Ja, aber ich glaube, der Okay Das ist mal ein guter Laser, glaube ich Ich glaube, du musst irgendwas machen Das ist hier von dem Typen, die Pistole Boah, hier ist ein rotes Kraut Warte mal ganz kurz Ich kombiniere das noch schnell mit meinem grünen Und Gleich wieder in die Boah, damit habe ich wieder sechs Peels Ich muss was machen, sagst du? Naja, schau mal, ob du mit dem Typen irgendwas machen kannst Weil der so ein Laserpointer da Ich habe jetzt gar keine Tasten Hm Ah Laserpointer mal auf die Scheibe von deiner Tusse da Bei dir Haha Guter Tipp Ich habe es jetzt einfach mal probiert, da drauf zu zielen Ich wollte eigentlich drauf schießen, aber gut Wenn das Point dann an sich schon reicht, dann I, I Was ist I? Ah, ich habe hier einen Zombie Ich wollte mich gerade einspringen Hier ist wieder so eine Zielübung Also auf deiner Seite müsstest es das auch geben So, abgetötet Was ist das hier? Wo muss ich hier hin? Da hin Finde ich irgendwie echt witzig, dass Du einen Zombie hattest und ich nicht So, was müssen wir jetzt machen? Ah, da oben Jawoll Ah, jetzt habe ich einen Ah Äh Verbiss dich mal von mir, du Sack So macht alles Nein, nicht so Ach, Mann Alter, nein Ah Scheiße Ich habe ihn schon gekillt Ah, meine Lebensanzeige läuft ab Ah Nein Nein, ich schaffe es nicht Der Balken ist gleich voll Scheiße, ich kann hier auch nicht durchs Ähm Achso, okay Okay Man steht einfach wieder auf Ah, warte mal kurz Hast du noch Pills? Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht Okay, dann helft es durch die Dings nichts Scheiß drauf Zack So Okay, wo müssen wir jetzt drauf zielen? Ach, nee Gut Die sehe ich noch Ja, wir müssen dann da oben den Spiegel Ja, ja, ich habe den anderen schon Ist das mystisch hier Hier war sicher seit tausend Jahren Niemand mehr Komm, hier können wir auch rauflaufen Alter, dieser Zombie hat mich gerade echt fertig gemacht Äh, hier liegt eine Waffe, ne? Ich kann sie